Was war das für ein Gefühl von Items getötet? Ich habe keine Ahnung, ich habe die Leiche auch nur gefunden. Ich musste erst im Moment überlegen, warum Items mich tötet, weil eigentlich mag er mich. Also wie ist das jetzt? Es gibt drei Böse in Jakar. Es gibt drei Böse und die kennen sich nicht. Oh, cool. Hey Leute, wollt ihr einen Topf voll Gold? Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Was ist das denn, ey? Oh Scheiße. Na ja, ihr Leija, danke für sieben Monate, vielen Dank. Guten Abend. Hallo. 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 Billiong全部 Clef Scat Flats Zeit Back Aha, Nephi. Aha. Bist du Dodo? Vielleicht. Vielleicht. Auch nicht. Ich sag nicht. Minu getötet. Oh, doch nicht. Maru hat nicht Minu getötet. Nö, ich schiff noch. Nephi, du wusstest alle an, oder? Minu hat gerade vor mir Holla abgestochen. Ich hab gesehen, wo die... Nee, doch nicht. Minu standen gerade auf dem Teppich. Ich war einen Meter weg und dann war der Report. Minu, kannst du dann so was sagen? Ist gesilenced. Okay, Nephi. Das sieht nicht gut aus. Oh, ja. Oh, das wär so insane. Minu macht die Tasks fertig, tötet den anderen Dodo an dem Ort, lässt sich dabei sehen und tut dann, als wär sie gesilenced, um gewohnt zu werden. Wie viele Tasks sind das denn? Niemals hat der Dodo die Tasks fertig. Nur 100. Nein, der Dodo muss auch voll viele machen. Nein, mit den geschlossenen Türen glaube ich auch nicht. Ich hab gerade eben easy 4 bis 5 Tasks gemacht in der Zeit und so viel hat der Dodo auch. Ich hoffe, Holla war nicht böse. Alters weiß das nämlich, weil er Dodo ist. Ich bin fein. Er ist der Dodo. Ich bin fein. Aber jetzt können wir ja noch einen Dodo voten, weil der andere noch nicht tot ist. Hm, ja. Ich bin fein. Okay, ich wollte Katze. Ja. Wenn Holla zufällig der andere Dodo warst, wär das krass. Nein, nur wenn du gesilenced bist, vot mal bitte jetzt. Oh, sie ist einfach nur AFK. Oder hat die Ley? Kam auch schon spät so. Wir testen das die Ley. Judy, wenn du nicht Dodo bist, drück mal bitte jetzt ein Vote. Nee, ist Delay. Nee, weil Judy ist normal auch noch. Okay. Hat auf Anweisung gedrückt. Fahre wie schnell eine. Vielleicht haben wir überall Delay hier. In terms. Ich wollte nicht. Na, Papa. Ich. Ich wollte gucken, wer was ist. Oh, oh, man kennt meine Rolle. Ich hab dir gesagt, was ich bin. Auf jeden Fall. Gut gespioniert. Sorry, Minu. Ja, man kennt seine Impost damit nicht. Jetzt muss ich Dini fragen, ob sie mitgespielt hat. Oder ob sie absichtlich nichts gesagt hat. Nein. Ey. Au. Hast du mitgespielt oder gehörst du dazu? Ich gehöre dazu. Go. Hab ich mir fast gedacht. Das war schon kanadisch gerade, oder? Nö, ich hab Anson Report. Oh, Mann. Ach so. Ja, so. Aber, aber kannst du? Nee. Und noch was? Ach so. Ja, das ist ja frech. Und noch was. Also, das ist ja frech. Ach, das war ein Morfling. Oh. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab gedrückt. Ja, aber der war schon weg. Ja. Da kam jemand als Divi gemorpht. Oh, was? Oder war das? Ach, jetzt gibt's Morflinge. Moment, wo denn? Divi war denn bei mir? Also, guck mal, das Ding war, Divi kam mir auf dem Weg nach draußen entgegen, da wo ich Müll weggeworfen hab. Ja. Und oben im Feuer stand jemand als Divi verkleidet und hat dort Juli abgeworfen. Nee, dann war das eine Fake-Idee. Nee, das war ich nicht. Ich bin zuletzt Nephi und Mino gecrossed. Genau. Unten. Wo? Unten vor jedem. Ja, ich bin, wie du sagtest, nach draußen und dann bin ich aber komplett durch das Building auf die rechte Seite. Ja, das heißt, es ist... Divi, bist du Dalu oder Maru begegnet? Also, mir ist niemand begegnet. Nee, Dalu bin ich nicht begegnet. Dann ist es Maru, weil Kondran und Franzi kann ich raus... Oder Items. Bist du Items auch begegnet, Divi? Soll ich übrigens aufklären? Ich wage silence letzte Runde. Ich bin Juli begegnet gerade als letztes. Und, ähm... Als letztes. Ach, dann hast du sie getötet, ja? Nein, Juli ist ja mir verbeigelaufen. Wo hast du sie denn gesehen, Adel? Wer war der Killer, Mino? Nephi. Aber wir haben ja gerade geklärt, es gibt ein Duo hier. Es gibt ein Morphling. Ich kann mir vorstellen, ob du das in der Maru oder da bist. Naja, also ich weiß nicht. Nephi hat vor mir Holla getötet, hat mich gesilenced und deswegen war ich sie dann. Das klingt sehr klar. Aber Nephi hatte reportet, oder? Eben, ich habe reportet, warum sollte ich dann reporten? Reportet? Reportet. Ein Holla, glaube ich, Bait war tatsächlich. Deswegen ging das so fix. Ah. Ich sag, Juli war Bait. Nein. Kondran und Franzi haben gesehen, dass sie nicht Bait war. War mir aber sehr sicher. Habe ich denn zwei Votes? Was ist denn das? Hat er recht. Ein Bösen. Was ist, wenn ich mit Holla jetzt einen Bösen erwischt habe? Buh. Buh. Au. Nau. Nephi, du hast einen Vogel. Richtig. Und ein Haustier habe ich auch. Ja. Was machst du? Was? Was machen wir? Wo? Langsam über die Welt. Ich habe da drauf gewartet. Ich habe dir geglaubt. Oh. Ach so, Minu. Hallo. Hast du Hunger? Ja. Warte, ich guck nach Essen. Oh. Oh. Ey. Okimaru gehört zu mir. Dalu und Minu waren es nicht, das bedeutet Divi, Nefi, Franzi und Maru sind noch drin. Ich war mit Maru links, Bibliothek jetzt aber am Ende. Also ich stand gerade Minu, mit Minu und mit Dalu unten rechts und Gipi ist tot, oben Richtung Küche. Also im letzten Meeting hast du Gipi zwei Votes, Nefi zwei Votes und Maru zwei Votes glaube ich. Und werde geskippt. Ich habe letzte Runde Gipi gevotet. Ich habe Nefi gevotet. Ja Maru, Minu würde mich gevotet haben und noch jemand halt. Minu, du hast auch Nefi gevotet? Genau. Maru? Ich habe Minu gevotet. Ich glaube der nicht. Ich weiß ja, Divi und Franzi müssen Gipi gevotet haben. Ich habe Gipi gevotet. Ich habe Gipi gevotet, weil er mich gecrossed hat und gesagt hat, es gab Morden. Das heißt, Franzi hat geskippt. Das heißt, Franzi wird auf jeden Fall nicht... zusammen. Imposter hätte nämlich safe gevotet. Ich habe Gipi gevotet, weil ich kurz davor erst Juli gesehen habe und ich das für ein Ding gehalten habe. Ich dachte, er hat mich gemorft irgendwie, weil er mir halt zuletzt begegnet ist. Also Minu wurde gesilenced und hat Nefi killen sehen. Das ist ja schon ein Bringer, muss man sagen, an der Stelle, ne? Aber es gibt ja einen Morphling. Ja, aber der Silence heißt anscheinend immer noch da, weil Franzi nichts sagen kann. Ja, aber es gibt einen Morphling. Du hast ja die Leiche direkt reportet und Minu beschuldigt Nefi. Nefi... Das kann nicht sein! Richtig gevotet, Mann! Das war so wichtig! Können wir nochmal in Revision gehen? Nefi, doch... Ich habe nichts getan! Nefi, boh... Hallo! Alles gut! Ich kann nur einen von uns töten! Wir sind in der Mauer! Einer wird reporten! Nein, lass mich nicht allein! Hi! Hallo! Wo ist Dalu? Ata! Ata! Und Ende! Wo warst du? Im Klo! Du warst der Esser! Im Klo! Die Snoopgoos kamen sich im Klo! Das war fies! Nein! Wo warst du da drinnen? Nice! Das war also die Poopgoos! Wer war denn denn Teammates? Bist du einmal böse, wirst du direkt von dem Teammate... Ich wusste, der Walcher! Ich hab gesehen, wie du gemorpht hast! Der Walcher war so lange noch am Leben! Ja, das war Divi! Aber bis zum Ende? Ja, aber das ist doch ganz lustig, dass man nicht weiß... Es gab ja auch nur zwei Killer! Weil ich direkt am Anfang rausgenommen wurde! Ich hab's schon geahnt! Drei Killer! Der Jakarta hat noch gelebt! Hast du gehört, Jakarta? Nein! Musik 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 Musik